Hallöchen, heute ist wie mehr Noch eine Runde Killing Room. Ich habe gerade den allerersten Boss besiegt. Wir sind recht am Anfang Heute leckt es hoffentlich nicht so. Es gab technische Probleme. Das Video wird auch glaube ich Morgen oder so oder vielleicht noch heute Du weißt Werde Wahrsager und Zieh voraus was dich erwartet. Du weißt wie gefährlich der nächste Raum ist Das ist glaube ich sehr gut. Hey, wie soll ich mir das vorstellen. Sehen wir ja gleich, Leute Hui Oh Ja, ja Was bedeutet, danke ich für die Verteidigung und schreibt es in die Kommentare. Was hat er mit diesen Wahrsang zu tun? Wo kam der denn jetzt her? Wir gehen weiter. Hä? Muss man es nachgooglen, ich verstehe es nicht. Wollen die von mir? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Nein! Nein! Ja! Ja! Ich habe einen Zocker. Ja! Ich habe es nur einmal bis zu diesen Wurm Boss gesagt. Jetzt kommt so ein Snema Boss. Ja! 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 Mann! Ich dachte da wäre Geld drin. Ja bin ich im Minus. Ich bekomme... Oh nein! Ja! 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 komm ich bekomme ich daumen nach oben bitte ja es war sie ja man war es auf englisch was ist und ich bin zwei ich weiß nicht wie ich die zwar sagen konnte so fort ist der zweite pass Hier ist ja noch ein Rass. Waren, das überlebe ich nicht. Ähm. Ja genau, mhm. War hier nicht ein Sock? Nein. Süße Rass mich doch eh. Ah. Geil. Ja da hinten war ein Sock. Wir kaufen uns dieses Paket. Wir spielen bis ich sterbe. Oder haben wir kommen? Das spielt mal. Ja. Du du du. Ähm. Ja. Ja. Ja mach doch kaum mehr Sand. Oh. Boah. Ich bin so unbeliebt. Wenn ich Glück habe bekomme ich gar nichts mehr. Ja. 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 Genau. Ja. 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 Nein! Du bist sogar zu faul um für dein Überleben zu kämpfen, du bekommst nach jedem ein punkt weniger in der karte was sind die charakter ich glaube dass hier oben überall oder was ja hier noch ich glaube ich mache das hier mehr nach dem raum habe ich das glaube ich in zwei parts nein zu mir ist jetzt nicht nein nein Nein! Mein letztes Mal haben mich die Feuerwehr mal umgebracht. Der Wurm war gar nichts. Ich bin dabei und versucht eine Menge... Beklar dann schrecklich. Und wieder die Leute hier können? Ich bin dabei. Ja müssen wir über dich gehen. Ich habe dich da schweizt. Ich habe den Kopf probiert. Ach so. Mann! Wow! Ja, genau, ey! Siehst du mir voll ins Gesicht? Hä? Und die machen auch so fies an. Das ist so... Okay! Okay! Zwei kann ich ausweichen, aber nicht. Machen die mir einfach, äh... 13 Zahn. Endlich! Ja, genau! Wauw! 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 Wauw!